Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michael. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr die Vorschau-Funktion in der Songbook Cod Pro nutzt. Dazu nehme ich euch direkt mit rüber auf mein iPad. Das muss ich da nochmal gleich hinpacken. Als erstes müssen wir den Vorschau-Button finden. Ihr öffnet einen Songtext, den ihr bearbeiten möchtet. Ich habe mich für den Song Feels Like I'm Falling In Love von Coldplay entschieden. Apropos, den habe ich vor kurzem gerade veröffentlicht, blende ich euch einmal ein. Es handelt sich hierbei um einen noch sehr neuen Song, den ich für euch angelegt habe. Der Song ist im Grunde genommen egal, da ihr die Schritte natürlich an jedem anderen Song genauso nachvollziehen könnt. Um den Vorschau-Button zu finden, klickt ihr hier rechts oben in der Ecke auf den Bearbeiten-Button. Anschließend erscheint hier oben neben dem Sichern-Button der Vorschau-Button. Dieser Button ist besonders nützlich, wenn ihr direkt verfolgen möchtet, wie eure Formatierungen aussehen, ohne den Songtext speichern zu müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Vorschau-Funktion zu nutzen. Die Vorschau im Hochformat nutzen. Wie ihr sehen könnt, benutze ich das iPad gerade im Hochformat. Wenn ihr auf den Vorschau-Button klickt, wird eine Vorschau des aktuellen Songs angezeigt. Diese Vorschau zeigt die Formatierung des Songs so an, wie sie nach dem Speichern aussehen würde. Leider ist es immer etwas mühsam, die Bearbeitung fortzusetzen, da man den Cursor immer wieder an die Stelle zurückbewegen muss, wo man die letzten Änderungen vorgenommen hat. Ich demonstriere euch das einmal ganz kurz. Die Problematik beim Finden der Stelle, wo du zuletzt Änderungen vorgenommen hast. Schritt 3 Vorschau auf dem iPad im Querformat Die Bearbeitung und Vorschau ist wesentlich komfortabler, wenn ihr das iPad im Querformat verwendet. Besonders natürlich, wenn ihr so wie ich ein 12,9 Zoll iPad habt. Ich muss jetzt noch einmal auf den Vorschau-Button drücken. Jetzt nimmt die Vorschau nur den halben Bildschirm ein. Dies ermöglicht es uns, die Änderungen in Echtzeit zu sehen. Auf der rechten Hälfte des Bildschirms seht ihr die Vorschau. Auf der anderen Hälfte können wir weiterhin Änderungen vornehmen. Ich zeige euch jetzt ein paar kleinere Änderungen. Dazu scrolle ich einmal zum Chorus hin, um diesen an die richtige Stelle zu rücken, damit es in Anführungszeichen für mich optimal dargestellt wird. Das mache ich natürlich auch bei den anderen Chorussen. Heißen die so? Ich weiß es nicht. Wie ihr seht, wird auf dem rechten Bildschirm immer mitverfolgt, wo die nächsten Bearbeitungsschritte durchgeführt werden. Es ist insofern auch wichtig, auf der linken Seite zu scrollen, damit die rechte Seite mitverfolgen kann. Wenn ich auf der anderen Seite scrolle, passiert auf der linken Seite nichts. Auch das demonstriere ich einmal ganz kurz. Hier noch einmal die Vorteile auf einen Blick. Ihr seht sofort, wie der Song nach der Formatierung aussieht. Änderungen können schnell überprüft und angepasst werden, ohne dass der Song zwischengespeichert werden muss. Besonders nützlich auf dem iPad im Querformat, da die Arbeit nebeneinander betrachtet werden kann. Hier nochmal mein Fazit zum Schluss. Die Vorschaufunktion der Songbook Chord Pro App ist für mich ein großartiges Werkzeug, um meine Songs effizienter und genauer zu bearbeiten. Probiert das einfach mal aus und erlebt selber, wie ihr eure Songs in Echtzeit optimiert. Was ist eure Meinung dazu? Das würde mich jetzt nochmal sehr interessieren. Schreibt mir doch mal gerne einen Kommentar dazu. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass euch dieses Tutorial ein bisschen weitergeholfen hat. Wenn das so ist, lasst es mich gerne wissen durch einen Daumen nach oben oder durch einen Kommentar, wie gesagt. Wenn ihr es nicht schon gemacht habt, dann würde ich mich natürlich auch immer über ein Abonnement freuen. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die ganzen neuen Abonnenten. Ich bin jetzt im Moment so bei 594 Abonnenten, ist es in letzter Zeit immer trotz des Sommerlochs sukzessive immer ein paar Abonnenten dazugekommen. Ich freue mich sehr drüber und bis zu meiner Pensionierung werde ich dann wahrscheinlich auch die tausend geknackt haben. Ein bisschen Spaß muss sein, sagt der Michael immer. An dieser Stelle verbleibe ich wie immer mit musikalischen Grüßen und sage Tschüss, bis bald. Euer Michael. Macht's gut. Euer Michael. Euer Michael. Vielen Dank.